Einfach nur genial ist der neue Gemüse-Styler von Thermomix. Im Sekundentakt hast du entweder dein geraspeltes Gemüse oder in Scheiben geschnittenes Gemüse. Und das mit einer ganz einfachen Handhabung. Wir setzen eine Achse aufs Messer, geben einen Auffangeinsatz in den Mixtopf, so bleibt der Mixtopf auch sauber. Und dann kommt die doppelseitige Wendescheibe zum Einsatz. Auf der einen Seite wird geraspelt, auf der anderen Seite in Scheiben geschnitten. Hierbei ist zu beachten, dass wir immer auf Stufe 4 arbeiten. Und somit habt ihr im Ratzfatz eure perfekten Gurkenscheiben für den Gurkensalat fertig. Beim Deckel ist es egal, ob er rechts oder links aufsitzt. Mit dem Schieber könnt ihr ganz bequem das Gemüse runterschieben, damit es auch ganz gleichmäßig klein gemacht ist. Und sollte das Gemüse nicht durchpassen, einfach durchschneiden, dann funktioniert das auch fantastisch. Ihr könnt zwischen Rechtslauf und Linkslauf steuern, ob ihr dünne Scheiben oder dicke Scheiben haben wollt. Genauso mit dem geraspelten, fein geraspelt oder etwas gröber. Bis zum Schluss.